Audio to go präsentiert Mädchenmeuterei von Kirsten Fuchs. Es liest Carolina Vera. Nach dem Sommer, in dem ich wuchs, kam der Herbst, in dem ich schrumpfte. Es war kein wirkliches Schrumpfen. Ich knickte einfach ein. Aber alle dachten, ich wäre jetzt anders. Ich war jetzt Charlotte Nowak. Die war mal aus einem Camp abgehauen. Die hatte mal ein Auto geklaut und Hunde noch dazu. Und dann hatte sie im Wald gelebt. Dabei hatte ich das alles ja nicht allein gemacht, sondern mit den anderen Mädchen zusammen. Am Ende waren noch drei Jungen dazugekommen. Einer davon war Jurek. Der war mein fester Freund. Ich hatte nicht nur einen festen Freund, sondern auch noch einen Hund. Kaitek. Denn den durfte ich nach der ganzen Geschichte behalten. Obwohl er erst seit einem Vierteljahr bei mir lebte, war er in der Zeit so gealtert, als wären Jahre vergangen. Die Tierärztin sagte, dass er Alzheimer habe. Er hörte und sah nicht mehr gut und lief oft ratlos herum. Dann brachte ich ihn ganz langsam in sein Nest und half ihm, sich hinzulegen. Ich zerkleinerte sein Futter. Und bevor ich morgens zur Schule ging, zog ich ihm eine Windel an. Ich kümmerte mich gern um ihn. Und es war mehr Verantwortung, als ich jemals vorher gehabt hatte. Klar dachten alle, ich wäre jetzt reifer. Irgendwie größer. Genau wie sie sich vorher sicher waren, ich sei noch nicht so reif und noch nicht so groß. Ohne die anderen, mit denen ich im Wald gelebt hatte, war ich aber nur ich. Ohne den Wald war ich einfach zu Hause oder in der Schule. Ich badete an keiner Talsperre, sammelte keine Pilze, legte keinen Tunnel trocken und versteckte mich nicht vor der ganzen Welt. Ich war in meinem Alltag keine Abenteuerin, kein bisschen. Und ich war es auch vorher nicht gewesen, denn wenn man eine Abenteuerin ist, dann geht man los und will meinetwegen einen Tiger erlegen. Aber ich war einfach losgegangen und hatte zufällig einen Tiger getroffen. So in der Art. Das interessierte die Leute aber so gar nicht. Tiger war Tiger. Jetzt, wo ich berühmt war, schmissen sich lauter Mädchen an mich ran und wollten mit mir befreundet sein. Aber ich hatte genug Freundinnen. Wir waren nur leider nicht zusammen, weil alle woanders wohnten. Rieke war in Morbid, Antonia in Röntgenthal, Anuschka in Milchfelsen, Freigunda war ganz weit weg. Sie war ins Mittelalter zurückgekehrt und irgendwo unterwegs mit ihrer riesigen Familie, die als fahrende Leute im Bauwagen lebte. Yvette lebte absurd reich in Kleinmachno und Bea, die mir von allen am wichtigsten war, wohnte in Potsdam. Aber da war sie nie angekommen. Sie war seit einem Vierteljahr verschwunden. Ich hatte sie nach unserem Abenteuer im Sommer das letzte Mal an einer Weggabelung gesehen. Ich hatte den Forstweg genommen und sie war ein Stück auf einem verwilderten Weg gelaufen und dann im Dickicht verschwunden. Sie war vermisst. Und ich vermisste sie. Sie war von allen Mädchen, mit denen ich den Sommer verbracht hatte, die wichtigste für mich gewesen. Erst, weil ich sie einfach gut fand. Weil sie so frei war und geheimnisvoll. Dann, weil sie mir als einziger vertraute. Und dann noch, weil sie mich dazu brachte, ein bisschen wie sie zu sein. Aber als sie weg war, fiel ich einfach genauso tief, wie ich mich hochgestreckt hatte, wieder runter. Als wäre Bea meine Rankhilfe gewesen. Ich war gar nicht gewachsen, nur gerankt. Wenn man so lang ist wie ich, dann kann man gut einknicken und sich dann eigentlich auch gleich einrollen. Jetzt lag ich eingerollt zu Hause rum und wartete auf irgendwas. So konnte es doch nicht weitergehen. Und so ging es auch nicht weiter. Wir liefen wieder weg. Und wir liefen sogar noch weiter weg. Wir liefen aus dem Hafen aus. Wir wollten erst Bär retten. Dann die Tiere und dann die Welt. Na klar, Bär retten. Als ob man die retten müsste. Dann schon eher die Welt. Zum Herbstanfang war mein 16. Geburtstag und ich konnte wesentlich mehr Leute einladen als nur bloß Severine, die mir bis dahin auch immer gereicht hatte als beste Freundin. Einfach, weil sie eine verdammt gute beste Freundin war. Aber jetzt hatte ich auf einmal ganz viele Freundinnen und es kamen auch fast alle zu meinem Geburtstag, obwohl es ein Mittwoch war. Aber am Wochenende hatte Oma 70. und sie hatte eine Übernachtung für die ganze Familie in einem Hotel gebucht. Ich war sehr glücklich, dass trotzdem fast alle kamen.